Hallo meine Lieben, das ist jetzt mein erstes Video. Ich versuche hier ein wenig zu schneiden. Das allererste Mal, dass ich schneide, weil vorher war YouTube für mich nur ein Archiv für meine Streams. Ein Ort zum Speichern. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, auch mal ein paar Videos anzupassen, auf YouTube hochzuladen, damit die nicht ganz zu lang sind. Bombe, Bombe! Mach mal voll zu schimpf. Damit das nicht auch einfacher ist für euch, sie zu sehen. In dem Sinne erst wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß dabei. So, Markus, mein Freund sind. Freizeitparkbahn. Wir sind die Verteidiger. Ich war auch beim Friseur, wie ihr seht. Wir machen die Wohnung dicht. Hallo, Flumark. So, das ist jetzt der Fluxkompensator. Nee, ich bin ein kaputterer Plan. Was soll doch nicht so abziehen, Männer? Was ist los? Also wirklich, was ist hier los? Hau rein. Schießen die auf mich. Einige Tälle. Achtung, unten bleiben. Die schießen da dezenter durch. Gibt ein Fenster? Beide Fenster. Ach, da hinten. Noch ein erwischt. Wohin, noch ein neben. Nur noch ein neben. Nur noch ein neben. Drei habe ich. Jetzt bin ich der Tod. So, ich muss mal gucken, kann ich nicht. Warte, der noch nicht. Doch, da am Fenster. Was macht der denn da? Die Bummsnudel. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Die Bummsnudel hat alle weggeknallt. So, mach jetzt streng nicht an. Das ist unser Clubhouse. Alles ist gut, solange du böse bist. So. Nehmen wir mal den von Mai. Wacken doch. Halt, ich bin hier richtig. Marketing. Ich sag, es ist ein Marketing-Gag. Ich gehe mal oben zumachen. Den Dropper. Wow, der geht richtig ab, du. Der geht jetzt ab, Mark. Der geht richtig ab. Die Warte ist gesichert. Meiner Meinung nach habe ich jetzt... Ich bin jede Menge kaputt, ihr macht es. Schützt eure Bomben vor der Entschärfung durch den Gegner. Zertag unsere Verteidigung. Magnet online. Bezug auf Sperre scharf gemacht. Abstand halten. Setze Schild ein. Oh, die hooten an, die hooten an, Mark. Ah, das ist der Jamba-Abo hier. Oh, Mist. Warte, ich kommst durch. Wieder bei der Akai. Ich hab einen, ich hab einen. Sehr gut, Mark. Ich gucke mal in die Kameras rein und gucke mal, was ich da sehe. Ich hab einen 2. Sehr gut. Mark hat die Bumsnudel gefistet. Der Boden sieht erschrocken aus. Der Boden ist erschrocken. Der Bombenentschärfer wurde erfolgreich platziert. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Warte, ich? Ah, holen Sie, Mark. Der muss hier irgendwo im Raum sein. Der ist hier irgendwo im Raum. Der kriegt hier irgendwo rum. Ja, ich hab ihn schon. So, was alleres schon. Nee, der Letzte ist in eine Falle reingerannt und gestorben. Deswegen nehmen wir mal die Lesion. Wir sind eine Lesion. Was? Macht das Sinn? Ich kann aufhören, Bütje. Ich kann aufhören. Oh, das war doch mal blöd. Der hat ja schon gehockt. Wie, du bist tot. Der hat da... Oh Gott, ich hab rausgeguckt und dann war der da schon. Und der guckt so komisch. Ach, Mann. Ah, Lett mag seine Schuld. Die Gegner hat meine Bombe lokalisiert. Schützt sie. Zwei. Drei. Letzte Hafer. Der Operator des eigenen Trupps. Nur die Bums hat sich gebumst. Hab ich gerade noch einen erwischt. Ja, eigentlich schon, oder? Nee, ja, ja. Kommt. Naja, gut. Doch, eigentlich schon. Marc wurde von Nudel die Bums weggeknallt. Der Bombenentschärfer wurde erfolgreich platziert. Schön. Boah, ich war erster. Gibt's ja nicht jetzt für nichts weiter. Äh, äh. Entschärfer aufgespürt. Sofort. Ja, aber wir haben Peppetyn im Team. Nur noch ein Gegner in Brich. Wir müssen gewinnen. Da folgt dein Fenster. Der hält draußen. Bums-Nudel-Dinger. Bums-Nudel steckt zu, Teil 2. Die Bums-Nudel steckt zurück. War klar, dass du zum Geld gehst, Marc. Der passt auf. Fünf Sekunden. Marc passt auf seine Teuer verdienten, gestohlten. Gestohlten? Ihr müsst eine Bombe finden und entschärfen. Gestohlten. Hast du eine Sprengleitung dabei, um eine Wand aufzumachen? Ja. Hier, Rob. Boah. So. Genau hier. Neben dir. Genau da, wo du stehst. Warte, noch nichts hinten. Ich guck, erst ob alles frei ist. Hör mal ruf. Ich glaub, du, einer in der Garage mag. Kannst du mal zum Fenster gehen, dann mal decken, bitte. Links zum Fenster gleich. Ach so, da sind schon welche. Links, ja. Da hat aber einer oben drauf, anscheinend. Da sind wir dran. Hier ist keiner. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber der Deck, der Deck. Der hat die ganze Zeit gewartet. Das ist ja auch schon da Immer noch? Ja Boah, der ist immer noch Ja, gut angestellt Er wurde zurückgeholt Der Montagnier, ey Verliebt die Puppe Fumfumfumfumfum Verließe doch Nee, Entschuldigung Papa Peppettin Nur noch ein Gegner übrig Ich werde euch über die Schuss Mh Da ist rum, da ist rum Oh, ha Es bleiben noch 15 Sekunden Es bleiben noch 15 Sekunden Gut Einer Druck erfolgreich Was sagt er da? Ich habe den Ballen zu machen Ja, ich hoffe, der ist unten irgendwo Ja, ich hoffe Die Schüsse kommen aus dem Keller Ja Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert Zehn Sekunden bis Einsatz Fünf Sekunden bis zum Einsatz Bombe gefunden Gelangt zu ihrer Position Naja, ich habe sie gefunden Oh, ein Mist Du hast den Entschärfer fallen gelassen Entschärmen mit ihr Entschärmen mit ihr Ja, meine Drohne zerstört Soll ich mal ein bisschen, ein bisschen Action machen? Schauen wir rufen mal an, ja Läuft Splittergranate eingesetzt Wenn ich kann, hole ich mir das Handy Ich habe es gerade kaputt gemacht, glaube ich Mal sehen Ah, jetzt Ja Ich lade jetzt nach Rüner Nächsten Wer am Rad? Okay, ich hole mir ein Handy Okay, ich hole mir ein Handy Ja, wir machen Ein Gute Faktor übrig Wie ist Kamera für euch? Ah, ich wurde gekillt Wo war denn? Äh, ja, gute Frage Kann ich dir vielleicht leisten Na sehen Keine Waffe Der ist im Set dahergekommen Mhm Wart, mit einem Schuss hat er mich gekillt? Was ist denn das für ein Scheiß? Nein Nein Jetzt zählen sich der denn dann noch aus Aber wie kann der mich denn bitte mit einem Schuss auf den Körper getötet haben? Aus der Pistole Keine Ahnung Wer hat denn Kupfer offen? Wo war das reingefahren? Nee, eigentlich ja nicht Hab ich das Video gerade gesehen Man Tanja, hättest du sportieren müssen dann Tanja Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp Wer kriegt dann die Ecke? Ja Schön, ey Unnötig Hättest du sein müssen Hättest du sein müssen? Ja, man kann ja sein Panten müssen Jekyll 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 und Dogebee Richtig Und ich Wenn ich sauer werde Ja, werde ich zu dir Dann hörst du zu mir? Ja, dann werde ich Dogebee Jekyll Mark Aber Ihr müsst eure Drohne verwenden Um eine Bombe aufzuspüren Nee, Jekyll kann Fußspuren sehen Der kann Fußspuren sehen Ich sehe Ich sehe Ich habe hellseelische Kraft Und ich kann Fußspuren sehen Unten wieder anscheinend Guck mal, David Neres will sie mir Hier unten sind sie nicht Hier unten sind sie nicht Die körperbarische Kräfte Ich kann die vierze von den Gegnern sehen Was ich immer wieder einfahren möchte Ich wechsle schnell Magazine Hier reingehen So Jetzt brauche ich gleich mal einen ersten Anruf Warte mal Warte mal jetzt bitte schon Ich rufe sie mal an Läuft Dann scheint hier unten noch keiner zu sein Wobei wir das Spiel verlassen Die Bombsnudel Geh Eindruck bitte, noch mal Eindruck. Warte. Jetzt läuft. Warte, warte, mich nicht bewegen. Warte, hier oben. Ich checke. So, ich bin ja am Ballerzimmer der Arsch. Bombe gefunden. Letzter verbleibender Gegner. Da hab ich noch. Gegner eliminiert, eigener Druck erfolgreich. Um die Ecke gezogen ist er triumphierend. Irgend so ein Depp. Hat sie auch gespürt. Irgendwie hat sie auch gespürt. Ach. Soja, das war's dann auch schon wieder. Jetzt werde ich das Video jetzt beenden. Ist ja mein erstes Projekt. Schneiden usw. Also haut gerne Anmerkungen in die Kommentare rein. Lasst Likes da. Was auch immer. Lasst mich wissen wie ihr es findet. Wie es war. Was ich besser machen kann etc. Ich lerne jetzt. Das hier ist ein kurzes Video. Einfach für mich zum Üben, zum Testen. Und auf euch reagieren zu können. Ähm. Wie gesagt. Ein bisschen Gameplay. Ein bisschen hier, da und da reinschneiden. Ich werde natürlich jetzt anfangen. Verbessern. Elemente hinzupacken. Die eigene Images vielleicht. Intro und so weiter. Mal gucken. Wir werden sehen. Ähm. Ja. Danke schon beim Voraus. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Stay home. Ciao mein Vater.